Boah, kranke Stage, man. Huh, was ist das denn? Wo ist man denn hier gelandet? Jawoll, man. Oh, okay, eine Stance. Was ist das für eine Stage, Junge? Guckt euch das mal an. Das ist dieser Helfungsgarten, wo ein krasser. Wow, what? Oha, er geht voll Naruto. Volles Rohr nach Hutu mit seinen Doppelgängern. Das ist halt auch so ein Ninja-Ding, gell? Geil. Was ist das jetzt? Das ist auch die Stage. Uh. Alter. Ja, Mann, das ist so cool mit dieser Jutsu-Stance. Aber warum sind die jetzt golden? Wow. Got a low, ja, okay, jetzt Standard-Titengager. Was war das für ein Hopkick? Alter. Das war dieser geile Reversal. Junge. Boah. Boah. Alter, ich raste aus. Die Rage-Art kommt. Oh, er gibt ihm den Reverse-Siegel. Das ist ja wirklich wie bei Naruto. Oh, er ist ja wirklich wie bei Naruto. Oh. Folgt mir gern für mehr News zu allen Kampfspielen. Ich war immer ein Fan von Raven. Geil. Absolut geil. Du bist ja wirklich. Tschüss. Tschüss. Willkommen? Boah. Ich war immer có bir manifold. Währen wir... Es ist leer.